Ja, gerade eben die Tagesschau von heute. Es scheint sich ja generell endlich das abzuzeichnen, was ich ja schon vor Wochen den Politikern geraten habe. Die werden mich nicht gehört haben, aber es ist ja nur eine Sache der Vernunft, dass sie sich, bevor sie sich zu sehr lächerlich machen, also sanft und behutsam jetzt mal einen Ausstieg aus dem ganzen Irrtum machen. Aber ich gehe mal Stück für Stück vor. Also bis vor kurzem konnte man noch sagen, unser Staat ist ein Vollsklave der pharmazeutischen und medizinischen Industrie. Ja, also sozusagen, lieber Gott in Weiß, sagen Sie mir, wie Sie die Sache sehen und ich glaube Ihnen jedes Wort. Warum sagt die naturwissenschaftliche Beweisführung, dass das der größte Fehler ist, den man überhaupt machen kann? Hier, wir sehen, hier haben wir den ersten Schamanen vor vielleicht 170.000 Jahren, den ersten Vorläufer, also den ersten Heiler der Welt, sagen wir ganz einfach. Und er sagt, ja, also liebe Leute, ihr dürft auf keinen Fall diese neumodischen künstlichen Lebensmittel essen sozusagen, sondern ihr müsst hier nur naturbelassenes essen, dann müsst ihr euren liebevollen Lebensstil mit viel körperlicher Bewegung und so weiter weiterführen um jeden Preis. Dann werdet ihr so starke Immunsysteme haben, dass ihr mich nie mehr braucht. Gesagt, getan, diese Art von Schamanen wird nicht mehr gebraucht und verdient also entsprechend ganz wenig, ja. Jetzt kommt aber vielleicht der hunderttausendste Schamane und der irrt sich zum ersten Mal. Zum ersten Mal kommt ein Irrtum in die Heilerwelt sozusagen und dieser Irrtum besagt, nein, ihr könnt ruhig all das Zeug weiteressen, den ganzen Chemieindustrie Sondermüll der modernen Lebensmittelindustrie weiteressen. Obwohl es natürlich faktisch das Immunsystem gegenüber Corona und ähnlichen Dingen total schwächt, ja. Nö, könnt ihr weiteressen, ihr braucht nur unsere Tests, ihr braucht unsere Impfungen und ihr braucht unsere, ich will ja schließlich was verkaufen, das sagt er natürlich nicht, das denkt er auch nicht, sondern Menschen können nur gesund leben, wenn sie genügend Medikamente, Impfungen und Tests und so weiter abkriegen und Chemotherapien und, und, und. So, und dann dieser, der hält sich ja seine Patienten dauerkrank, weil er sie nicht vor der krankmachenden Ernährung warnt, was wir ja auch heute in der Corona-Krise sehen. Wer sagt denn schon den Leuten, gucken Sie doch mal an, wie viele von den Politikern und Journalisten und so weiter, den Leuten wirklich ständig und dauernd sagen, dass sie jetzt ganz viel tun können für ihr Immunsystem, dass sie ihre Ernährung radikal umstellen müssen, dass sie eventuell sogar vier Tage fasten müssen und dass es noch x andere Maßnahmen zur Stabilisierung und Stärkung des Immunsystems gibt. Sagt man nicht, ne, ja, das ist einfach so, ja. So, dann haben wir hier sozusagen, ja, also der kann viele, hier zwei Kinder ernähren und dann sich ausbreiten und eine ganze Professoren-Medizin-Professoren-Dynastie begründen, während der hier wirtschaftlich ausstirbt und sein Urenkel dann die Praxis schließt sozusagen, ja, die mobile Praxis. Ja, das heißt, diese Beweisführung übrigens mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik, eines der Alleinstellungsmerkmale der nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort. Und ja, das heißt also, damit ist bewiesen, dass es der größte Irrtum ist, den man machen kann, einem Arzt auch nur ein Wort zu glauben, denn sein Denken ist voll von lauter dieser gewinnbringenden Irrtümer, die sich über 170.000 Jahre angereichert haben, akkumuliert haben sozusagen und die, also die wirtschaftliche Basis der Medizin stellen. Gut, also damit ist erklärt, dass es ein Drama ist, dass unser Staat sich, also die Journalisten und Politiker, sich als unkritische Volksklaven der Pharma- und Medizinindustrie gebärdet haben und jetzt finden sie hoffentlich möglichst schnell den Ausstieg, bevor es peinlich wird. Ja, dann zu Dr. Markus Krall wieder, der ist ja der Verfechter, der Dr. Markus Krall ist ja deswegen so gefährlich mit seiner ideologischen bürgerlichen Revolution, die zum Glück wahrscheinlich nie Erfolg haben wird, aber wenn doch, ich will nicht derjenige sein, der nicht vor so etwas Gefährlichem gewarnt hat, ja. Denn dieses teuflische, freie marktwirtschaftliche System, das uns all diese gewinnbringenden Irrtümer gebracht hat und ein so gefährliches Gesundheitssystem, das möchte der Dr. Markus Krall noch mehr ausbauen in diese Richtung sozusagen. Nicht, weil er uns Böses will, sondern er versteht nicht, wie gefährlich die freie Marktwirtschaft ist. Er irrt sich also auch nur, alle irren sich nur, es gibt keine bösen Absichten. Also ich glaube, wenn Sie Verbrecher untersuchen, stellen Sie sogar fest, dass die sogar irgendwelche Mechanismen haben, mit denen sie sich selbst einreden, sie seien gute Menschen. Alle sind gute Menschen und alle meinen es gut, nur je mehr sich jemand irrt, desto gefährlicher wird er. Wenn sich manche irren, dann werden sie zu Verbrechern und wenn sich andere Irrtümer kommen, dann werden sie zu Massenmördern wie Hitler und wenn andere Irrtümer kommen, dann werden sie halt zu krankmachenden Ärzten, ja und so weiter. Und wie gesagt, es gibt die vielen Ausnahmen, im Internet gab es ja jetzt ganz viele Ausnahmen und bei den nextscientistsforfuture.de gibt es eben auch eine ganze Menge Mediziner, die eben die Ausnahme von der Regel sind, die sich haben distanzieren können von vielen der Irrtümer ihrer eigenen Branche. Das gibt es eben auch, auch wenn es heutzutage selten geworden ist. So, jetzt gehe ich mal wieder weiter. Also deswegen, nur im Internet sehen wir überall, sehen wir an der Art der Kommentare, dass es im Wesentlichen verfassungsfeindliche kriminelle Schwachköpfe sind, beleidigende kriminelle verfassungsfeindliche Schwachköpfe aus dem rechtsradikalen Lager, die Kralls Ansatz verteidigen. Von anderen kommt eigentlich nichts. Es sind eigentlich immer nur die massiven Verschwörungstheoretiker, die Krall verteidigen. Und das lässt uns hoffen, dass er außer dem rechtsradikalen Bereich eigentlich keine Unterstützer hat und auch nicht finden wird. Man hat ja auch gesehen, dass AfD-Wähler, das kann ich jetzt die Quelle nicht mehr genau nennen, aber irgendjemand hat das genannt, dass es eine Studie gäbe, dass AfD-Wähler also unterdurchschnittlich intelligent seien. Das heißt hier, dass das also eher die Dummen die AfD wählen. Das hat sich ja wohl auch jeder schon gedacht. Und die Kommentare, die so kommen, die zeigen eben auch, dass von diesen rechtsradikalen verfassungsfeindlichen Dumpfbacken sozusagen die meisten noch nicht mal wissen, was ein Argument ist. Die wissen nur, was eine Beleidigung ist, das können sie, und Straftaten begehen, das können sie. Die verfassungsfeindlichen Kriminelle sind das, aber es sind keine Argumentierer. Das ist dann immer wieder so schön, wenn so ein paar wenige ganz positive Kommentare kommen und ständig auch positive Likes kommen zu den Videos. Das zeigt, dass wir eben, wie gesagt, auf dem richtigen Weg sind, dass wir auf diese rechtsradikalen verfassungsfeindlichen Schwachköpfe einfach nicht hören. Ja, wäre es noch schöner, wenn wir auf dieses verfassungsfeindliche Gesindel hören würden. Ja, Christian Felber mit seiner missratenen Gemeinwohlökonomiekonzeption im Gegensatz zu der gelungenen von den nextscientistsforfuture.de. Warum ist deren gelungen? Weil die hier dann hier eben von der, wo ist es? Ach, jetzt bin ich zu weit gegangen. Von der Wohlfühlstimme sprechen, von der neuen Wahlstimme. Habe ich gerade heute wieder einem Vertreter einer gesellschaftsinnovativen Organisation gesprochen. Der war begeistert von dem Ansatz. Denn die Wohlfühlstimme würde ja bedeuten, dass die Wirtschaft uns dienen muss und nicht mehr wir der Wirtschaft dienen müssen, sozusagen. Ja, das ist ja die Totalumkehr der Gesellschaft. So, dann der Felber. Christian Felber redete also wieder mal von Schwundgeld. Das heißt, er will letztendlich führt das ja, ich habe das ja schon oft erklärt, dass sein Konzept vom Schwundgeld zur faktischen Enteignung, zum Beispiel einer alten Oma, die ihr Leben über 200.000 Euro gespart hat, die muss das Geld dann verleihen, wenn sie nicht mit dem Schwund direkt leben will. Ja, und das bedeutet, dass sie, dabei wird sie zwei, drei Leute haben, denen sie 20.000 Euro leiht und die es nicht zurückzahlen können, dann verliert sie mal so eben 60.000 Euro. Da werden sich unsere alten Omas schön bedanken für Christian Felbers Wahnvorstellung von enteignungsgeeignetem Schwundgeld. Und er spricht von Umverteilung von Reich zu Arm. Und damit macht er sich alle unsere geliebten Milliardärskönige, wo sind sie, alle unsere geliebten Milliardärskönige, natürlich zu den Gegnern, wenn man den Leuten sie bestehlen will. Also Christian Felber gehört also auch zu den diebischen Elstern, zu den linksradikalen diebischen Elstern, die mal gerne Reiche bestehlen wollen und so weiter, während die nextscientistforfuture.de sagen, ja, wir wollen, dass wir wieder eine liebevolle kommunistische, urkommunistische Gesellschaft werden, in der aber dann die Milliardäre ganz von sich aus entscheiden, was sie wem schenken. Und wenn sie dann wieder alles den Frauen und Kindern schenken, so wie wir das alle Männer vor 400.000 Jahren gemacht haben, dann kommt es zum Zusammengehen der Schere zwischen Arm und Reich von selber. Aber Enteignung ist für die nextscientistforfuture.de einfach kein Thema. Punkt. Ja, ist nicht nötig, ist völlig unnötiger Quatsch. Und außerdem, wir wollen doch die geliebten Milliardärskönige gewinnen für eine gemeinsame Änderung eines teuflischen Systemes. Ja, und das, ja. Max Otte, Professor Max Otte schreibt was Vernünftiges sogar. Deutschland steigt ab, sozusagen. Ja, Sekunde, ich muss das hier nochmal machen. Deutschland steigt ab. Und damit zitiert er dann auch Hans-Werner Sinn, mit Professor Hans-Werner Sinn, der renommierteste Volkswirt oder bekannteste Volkswirt in Deutschland, sozusagen. der ja auch gesagt hat, Europa ist auf dem absteigenden Ast. Die im Mittelstand übrigens, die erfolgreichsten Unternehmen des Mittelstandes, die also aus Deutschland heraus noch Marktführer sind, weltweite Weltmarktführer sind, die sind eben deswegen erfolgreich übrigens, weil sie keine Mitbestimmung machen, sondern autoritär die Chefs sagen, wo es lang geht und sich aber jederzeit beraten lassen von den Mitarbeitern. Ja, das ist das innerbetriebliches Vorschlagswesen und so weiter. Gerne, aber wenn mitbestimmt wird, dann bestimmen die dummen Mitarbeiter mit und die lenken dann das Unternehmen in den Abgrund. Das ist ganz klar. Das hat also Otte mit diesen Daten, Professor Max Otte nochmal deutlich gemacht. So, und dann haben wir jetzt hier Österreich. Ja, dass der Kurz jetzt so vernünftig ist, dass er den Ausstieg, der macht das so, dass bestimmte Maßnahmen kommen dann zeitgleich zu dem Ausstieg, aber immerhin macht er den Ausstieg. Und das heißt, er hat langsam begriffen, dass es ein Fehler war, auf die Irrtümer von gewinnbringenden Irrtümer einer Medizinindustrie zu hören, einer kapitalistischen Medizinindustrie. Ja, wenn dann durch die Reformen die Medizinindustrie wieder gut geworden ist, dann können wir auf sie hören, aber jetzt nicht. Auf eine kapitalistische Medizinindustrie, wo es nur ums Geldmachen auf Kosten der Gesellschaft geht, die dürfen wir nicht ernst nehmen. Ich habe vor nichts mehr Angst als vor Ärzten. Weil ich weiß, sie meinen es gut, aber dadurch, dass sie vollgestopft mit Irrtümern sind, sind sie die gefährlichste Berufsgruppe für mich. Was ja auch schon bewiesen ist, komme ich gleich zu nochmal. Gmx berichtet jetzt, ja, alle Corona-Statistiken sind unsicher. Jetzt kommt man also den ganzen Internetkritikern, den ganzen Ärzten wie Dr. Wodak und Co., den kommt man jetzt also entgegen, diesen ganzen Professoren und Ärzten, anderen Doktoren, dass eben diese Daten, dass die Statistiken alle nichts aussagen, nicht sicher sind. Aber Gmx natürlich, geschäftstüchtig bleiben sie natürlich. Sie wollen es sich ja nicht mit der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie verscherzen. Vielleicht kriegen sie von denen auch entsprechende Werbegelder. Und denn sie sagen, der Testführer soll beibehalten werden. Also testen, testen, testen. Mal gucken, was kostet denn jeder Test? Wer verdient denn bei dem Test? Das ist doch eine interessante Frage. Genau. Diejenigen verdienen die daran, die uns geraten haben, viel zu testen. Das ist doch dann, da rät dann also der, also demnächst gehe ich auch hin und sage, ja, so, ach, ich habe hier gerade, ich verkaufe hier Flaschen Alkohol und so. Liebe Kinder hier, hört auf mich. Ich sage euch, Alkohol macht euch total gesund und fit und schützt euch gegen Corona. Und dann verkaufe ich viel Alkohol. Und dann glaubt man mir, ja, weil ich ja, ich habe ja, ich will verdienen, ich will verkaufen. Und genau, weil ich viel verkaufen will, glaubt man mir. Toll. Das ist die Logik unserer, unserer Gesellschaft. Demjenigen, der ihnen was verkaufen will, dem glauben sie jedes Wort. Lieber Gott in Weiß, sag mir, wie ich denken soll und dann übernehme ich dein Denken. Fülle mein Gehirn, lieber Großgott in Weiß und dann folge ich dir. Herr, bestimme, ich folge. So ist die Mentalität unserer Gesellschaft. Und das ist ein Irrweg. Sogar Trosten spricht von nach der Kontaktsperre. Also da kommt jetzt langsam auch Realität rein. Will man doch nicht das Impfgeschäft noch mitnehmen? Ja, aber man will wenigstens doch das Geschäft mit den nicht zugelassigen Medikamenten noch mitnehmen. Denn mit den nicht zugelassenen, hochgefährlichen Medikamenten kann man noch einerseits ein Geschäft machen und dann dabei noch viele Patienten töten, denn die überleben diese Medikamente nicht. Und dann kann man die der Corona-Statistik zufügen. Und dann sieht die Sache wieder besser aus. Übrigens, diese Handschuhe, die die Leute alle überall tragen, mittlerweile, die seien also gefährlich. Die seien nämlich durchlässig für Viren und sonstige Keime. Und dadurch würde sich unter den Handschuhen im Schwitzen sozusagen eine Anzüchtung von Viren und Bakterien bilden, sodass man dann also unter den Handschuhen eine achygienische Sauerei hätte. Also Handschuhe weglassen, liebe Leute, Hände waschen zu Hause, Fingerspitzen waschen, damit die Fingernägel gewaschen werden von unten und so weiter. Denn da sind die Viren. So, und dann Wuhan wird auch wieder geöffnet. Also wir sehen, endlich kommt der Ausstieg aus dem ganzen Unsinn, aus dem ganzen Irrtum. Also, wie gesagt, immer alle Maßnahmen befolgen. Ich mache das auch, ich befolge alle Maßnahmen, denn man kann sich ja auch mal irren. Und ich bin jederzeit immer noch dafür offen, dass irgendwann die Nachricht kommt, dass es klare wissenschaftliche Beweise gebe dafür, dass das Virus, das Coronavirus, tatsächlich etwas stärker ist als das normale Grippevirus. Und ich glaube es noch nicht. Alles spricht dafür, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Dann hat die Gesellschaft im Moment keine Probleme mit App-Daten. Überall will man also mit großen, mit Big Data sozusagen jetzt auch die Corona-Krise in den Griff kriegen und so weiter. Also warum sollte man dann mit der Wohlfühlstimme Probleme haben? Es gibt es ja keinen Grund für. So, und dann haben wir hier Österreich gehabt. So, und der englische Premier, ich glaube Johnson heißt er, der spielt jetzt gerade mit seinem Leben. Also ich hätte das nie getan. Also ich persönlich hätte dieses Risiko nie eingegangen. Ich hätte mir so ein Sauerstoffgerät nach Hause liefern lassen, hätte das von tausend Leuten, von Biologen neutral desinfizieren lassen und überprüfen lassen und so weiter. Und dann hätte ich mir da den Sauerstoff reingezogen. Aber ins Krankenhaus zu gehen, wo es nur so wimmelt von Killerkeimen, von in Krankenhaus, durch Antibiotika gezüchteten Killer, multiresistenten Killerkeimen. Das bedeutet, dass er jetzt, wenn er dann vielleicht auch noch behandelt würde, dann hat er also die Killerkeime als Lebensgefahr jetzt. Und dann kriegt er vielleicht noch Killer-Medikamente, ja, ungetestete Killer-Medikamente. Und wenn er daran dann stirbt, wird er natürlich der Corona-Statistik zugeführt. Ja, und wird gesagt, ja, Johnson ist am Corona gestorben. Ja, weil das ja wissenschaftlich, niemand wird auseinanderhalten können, welche Krähe hackt schon der anderen aus, welche Obduktion wird schon ergeben, dass er an den Killerkeimen gestorben ist oder an den krankmachenden Medikamenten und eben nicht an Corona. Ja, das wird in einer Obduktion nie rauskommen. Da würden ja die Pathologen, die ja auch Ärzte sind, sozusagen den Hass des ganzen Berufsstandes auf sich ziehen. Das können wir von ihnen nicht verlangen, ja. So, dann haben wir, Deutschland scheint ja insgesamt an die hohe Leistungsfähigkeit von Flüchtlingen zu glauben, ja. Also denn, wie anders wäre es zu erklären, dass also Deutschland immer noch in dem Furor drin ist, möglichst viele Leute ins Land zu schleusen. Also irgendwie müssen sie ja denken, naja, es gibt natürlich einen Grund. Wir haben ja so viel Sozialbürokratie, wir sind ja das kränkste Land der Erde. Wir sind das kapitalistischste und kränkste Land der Erde. Warum? Weil wir eben ja auch lauter Sozialbürokratien, die nach dem gleichen Prinzip vorgehen, zum Beispiel, wenn ich die Leute in der Arbeitslosigkeit festhalte, brauche ich neue Mitarbeiter, werde dann Vorgesetzter der Mitarbeiter und falle die Karriereleiter hinauf. Sozusagen bringe ich die Arbeitslosen alle in die Arbeit zurück, kriege ich keine neuen Mitarbeiter bewilligt und werde nicht Vorgesetzter und kriege keine gehöre Gehaltsstufe. Also wäre ich doch schön blöd, wenn ich nicht alles tun würde, um die Arbeitslosen in der Arbeitslosigkeit festzuhalten. Und dadurch fehlen natürlich, durch dieses Gesamtwirken einer gesamten kapitalistischen, hoch ineffizienten Sozialbürokratie, ist es natürlich so, dass viele Leute weggenommen wurden vom Arbeitsmarkt und nicht mehr bereit sind zu arbeiten, sondern sich darin sonnen, dass sie sagen, naja, unter 20 Euro die Stunde arbeite ich grundsätzlich gar nicht mehr. So Grundmentalität. Wird ja von der Sozialbürokratie entsprechend unterstützt. Und deswegen ist es natürlich klar, dass wir einen Arbeitskräftemangel auch im niedrig qualifizierten Sektor haben. Aber jetzt, woher, ich bin erstaunt, woher nimmt unsere Regierung die Sicherheit, also ich wüsste nicht, woher ich die nehmen sollte, dass es sich bei den Flüchtlingen um Leute handelt, die wenigstens hier in diesem niedrig qualifizierten Sektor profitabel eingesetzt werden können. Woher wissen Sie das, dass nicht der Großteil hier uns nur kostet und am Ende dauerhaft in der Sozialbürokratie landet und dann noch massenhaft Kinder in die Welt setzt, die dann auch jahrzehntelang von der Sozialbürokratie dauerhaft ernährt werden müssen, was ja dann der Rest hier alle bezahlen müssen. Woher nehmen Sie die Sicherheit, dass Sie stresssicher wirklich Leute aus dem Sektor haben oder gar aus dem Sektor haben? Also mir wäre es da doch lieber, wenn nach Deutschland nur reinkommen darf, wer nachgewiesenermaßen eine mindestens dann hier mindestens leicht unterdurchschnittliche berufliche Qualifikation aufweist, sozusagen, oder die entsprechenden Intelligenzquotienten, die auf solch eine zukünftige berufliche Qualifikation hinweisen, sozusagen. Da würde ich dann aber ganz vielfach testen mit verschiedenen Intelligenztests und so weiter, ja. Gibt es ja wohl in jeder Sprache, ne. Und ja, und von daher würde ich, und eben Deutschland wegen der besonderen Schuld Deutschlands, ja, Nazi und so weiter Bereich, wegen der besonderen Schuld Deutschlands muss halt Deutschland die besten auf, sozusagen, Asyllager direkt neben den Krisengebieten der Welt aufmachen, also neben Syrien und so weiter und die werden natürlich sofort geschlossen, wenn der Syrienkonflikt beendet ist, aber so lange können die Leute dort menschenwürdig leben, die Flüchtlinge und die Asylwünschenden, also das sind dann Asylanlagen, ja. Und ja, und es darf nur nicht so sein, dass der Lebensstandard in diesen Lagern so hoch ist, dass aus aller Welt die Leute in diese Lager strömen, nur um sich von Deutschland verwöhnen zu lassen. So viel Honig dürfen wir da nicht hinstreuen, sondern diese Lager müssen schon ganz knapp sein und müssen immer unter dem Niveau der Flüchtlingsländer sein, also der weltweiten Flüchtlingsländer, denn sonst kommt es zu einem Pull-Effekt auch in diese großzügigen Anlagen, sozusagen, die deutschen Anlagen, ja. Falls die UNO mitmachen würde, umso besser, dann könnte man das als UNO-Anlagen machen und Deutschland würde sich dann pro Kopf großzügiger daran beteiligen als jedes andere Land. Aber alles andere klingt mir doch so nach einem Selbstmordprogramm für Europa, denn Professor Max Otter hat es ja gesagt, ja, also Deutschland steigt ab. Deutschland ist auf dem Kurs Richtung Afrika-Niveau, ja. Also wir werden dann bald auf Müllhalten essen gehen müssen und viele werden verhungern müssen und die Masse lebt von zwei Euro am Tag und so. Das kommt also auf Europa zu, ne. Und meine Vermutung ist, und ich habe ja nichts zu sagen bei den nextscientistsforfuture.de und auch nichts zu sagen beim Weltrat der Weisen, aber meine unmaßgebliche Privatmeinung als evolutionsbiologischer Denker ist, dass Deutschland und Europa nur deswegen absteigt, weil Europa zugelassen hat, dass hier zu viele Kinder geboren wurden und zu viele Menschen ins Land gelassen wurden und dass hier zu wenige Kinder geboren wurden. Und da wir eben jetzt unbedingt die Bevölkerungszahl reduzieren müssen, denn wahrscheinlich reicht, die deutschen Äcker reichen nicht für eine Permakultur- und Bioernährung aller 80 Millionen, also müssen wir schleunigst die Bevölkerungszahl reduzieren und das geht nur, indem wir hier im Hochleistungsbereich wenige Kinder bekommen und hier nach Möglichkeit null Kinder bekommen. Das ist unsere einzige Chance, das zu retten und gleichzeitig eine gesunde Ernährung für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Und ja, also von daher, das war die Nachlese der Tagesschau und der letzten Tage, denn sonst war nichts Interessantes, deswegen gab es mal kein Video, weil alles irgendwie nur noch langweilt. Es ist alles immer der gleiche Unfug. Tschüssi!